Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG. Am gestrigen Handelstag ging die Talfahrt auf dem Frankfurter Börsenparkett weiter. Mit 9.030 Zählern näherte sich der deutsche Leitindex nicht nur der runden Zahl von 9.000 Punkten, sondern auch der charttechnische Unterstützung bei 9.027, 9.070 Zählern. Die genannten Chartmarken konnten verteidigt werden, wenigstens vorerst. Einen neuerlichen Test oder sogar einen Rutsch unter die genannten Preislevels kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Zumal die Berichtssaison hierzulande weiter an Fahrt gewinnt. Alleine in der heutigen Börsensitzung werden fünf deutsche Konzerne ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Ebenfalls auf der Agenda steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank EZB. Zur Stunde flüchten sich weitere Anleger an die Seitenlinie. Der DAX gibt rund 0,5 Prozent auf 9.080 Punkten nach. Ebenfalls auf der Verliererseite stehen heute der Euro-S-Dollar sowie der Goldpreis. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG. Untertitelung des ZDF für funk, 2017